Hey, Internet und YouTube. Wir gehen hoffentlich richtig weiter. Und wir suchen... Ne, wir dringen einfach irgendwo hin vor. Okay, sit... Hey, pop! Vorsicht, Lüdi! Versuch! Dankeschön. Oh man, ich habe ja schon ewig kein Schloss mehr geknackt. Okay, gut. Adept, super. Das ist ja verrückt. Okay. Ein kleines Missverständnis, nenne ich das mal. Wozu ich das überhaupt habe? Okay, alles. Ihr 75. Ich glaube, das nimmst mit. Interessiert mich... ...überhaupt nicht. Komm, erwähne ich hier was von Ketten. Kommt doch schon die Lüdi. Schleich mir doch nicht immer so. Lüdi, ich schleichst du nicht, aber... Hallo, du! Goodbye, du! Hallo! Bleib doch mal ruhig! Dankeschön! Das war bezaubernd! Ja! Oh! Es ist aber klar, dass ich wissen muss, was hier ist. Das nehme ich. Könnt ihr behalten. Experte! Okay, Moment, 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 Moment. Ja, was ist denn? Hallo? Hallo? Könntest du mir erklären, was hier los ist? Gott! Jesus! Halleluja! What? Das ist doch unpackbar! Hey, vier Gold! Willst du mich... Vier Gold! Blöder! Ringblöder! Ah! All das für die... Lüdi! Du bist schuld! Irgendjemand muss schuld haben. Ich gebe auch dir die Schuld. Fühlt man sich besser. Wer haben wir denn da drüben? Komm her! Ich bin hier nicht runtergefallen. Kannst du das auch? Lüdi? Ich schau dir gerne zu. Du hast jetzt aber auch... Glück gehabt, okay? Können wollen wir hier jetzt nicht reden. Hast du das gehört? Okay. Oh ja, Blutsaugen! Endlich! Ich habe auch diese Quest. Halleluja! 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 Endlich so ein blöder Farmer! Puh! Gut! Abgeschlossen like a pro! Wieso zum Anker! What? Okay, okay. Das ist der Bus. Dezend? Hier muss ich... Okay, sicherheitshalber. Ah, hier gibt es kein... Okay. Es gibt nur einen Weg. Ich kann ehrlich gesagt keine... Zwimmer-Platten mehr sehen. Hier gehe ich lieber stundenlang draußen in der freien Natur herum. Wer schopft mich hier von hinten? Niemand. Okay. Ah! 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 Was sein muss... Muss sein. Ah! Ich sehe dich. Komm zu, Daddy. Komm zu mir! Hey! Schleich nicht da rum! Ich sagte es doch! Was zum Anker? Welcher Eingang wäre denn das jetzt wieder gewesen? Muss ich... Ja doch, ich muss hier. No, Gott. Nicht sowas. Okay, Luft dann halten wir durch. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ich brauche ne... Äh... Heilung. Komm zu mir! Oh Mann, oh Mann! Oh, wie ich die Viecher hasse! Ah! Erhol dich, erhol dich, du schaffst das, du schaffst das. Okay. Oh, war knapp, blödi. Mir ist mir die schwindelig. Sonst geht es mir gut. Danke. Dass niemand nachfragt. Kein Problem. Wohoho, mein Herz! Oh, Jesus, jetzt hat es mich aber. Oh, Gott. Wie der Biss eines Klo. Ihr wolltet die Verzweiflung an gewinnen. Das war meine Sequenzen, du die. He, he. Sorry. Ich würde mal so einen Käse vergessen. Hallo? Irgendjemand hat sich jetzt seinen Käse vergessen. Ah, sieh mal an. Sieh mal an, das war für nichts. Neugierig hier rum, geschnüffelt. Das ist der Preis. Äh, warte. Hier geht's lang. Alles klar. Oh, Mann. Okay. Machen wir das, damit das etwas schneller vonstatten geht, hoffentlich. Genau. Und wo zum Hacker bin ich? Hello. Gleichgewichtsprobleme. Tausend Wege. Schalalalala. Oh, komm, Schone, ich bin auf den Weg, 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 weg. Ah, ach, 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 ach. Tschala la 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 la. Löde. Stunden später, löde. Ja, Halleluja, wir haben was erreicht. Marathon hier. Okay, dann, äh, perfekt. Wir sehen uns im nächsten Platz wieder. Danke fürs Zusehen. Äh. Was schleichst du so an mich? Woher hast du das? Hab ich dir das ge... Was? Wieder, Marcel. Äh, tschüss.